guten abend liebe foto freunde in dem video geht es wieder um die nacht fotografie in einem kürzlich von mir geposteten video habe ich das video so genannt die milchstraße zu fotografieren bleibt eine herausforderung und mit herausforderungen meine ich dass man nicht nach einem fehlversuch wenn es nichts geworden ist das ganze stecken lässt sondern dass man da öfter angreift und so bin ich wieder jetzt hier entstehen um diese kleine bootshütte da hinten zu fotografieren mit der milchstraße heute ist im gegensatz zum letzten mal wirklich sternklare nacht der mond ist nicht zu sehen ich glaube übermorgen müsste auch neumond sein sind so die dunkelsten nächte und daten echt gute chancen die sterne mit freiem auge oder die straße schon mit freiem auge zu sehen jetzt gehe ich rüber und schau was ich machen kann sei dabei ja diese hütte reizt mich eben auch so sehr weil sie sehr sehr einfach zu fotografieren geht in der nacht sie wird nämlich von der straßenlaterne hier zehn meter weiter direkt angeleuchtet somit hat man es auch echt easy die kamera schön auszurichten und die hütte anzufokussieren also das ist echt einfach die milchstraße erscheint jetzt auch schon links neben der hütte die ist jetzt noch so eine halbe stunde lang zu sehen und jetzt zeigen wir euch meine einstellungen wie es hier angehe ich fotografiere im modus habt ihr 18 blende ausgewählt in dem fall will ich dich jetzt auch wieder 20 sekunden weil ich ein 14 millimeter vollformat objektiv drauf habe und zwar das sony und als iso wert habe ich jetzt schon mal geguckt komme ich mit iso 800 sehr sehr gut hin weil sie einfach viel umgebungslicht gibt in der belichtungsanzeige steht minus 0,7 aber das reicht völlig aus und jetzt mache ich noch die auslöse verzögerung an das macht dem draufdrücken die kamera zwei sekunden später das foto macht und schon habe ich mein bild hier im kasten bei sternen klarer nacht und das wird bestimmt gut das mache ich jetzt schnell ausgerichtet ist sie ich achte einfach darauf dass ich genau mittig auf dem steg stehen dass die hütte auch mittig zu sehen ist in dem bild aber im unteren drittel und die milchstraße geht wirklich komplett durch die hütte durch also die erscheint jetzt direkt drüber sieht echt geil aus ich darf mir jetzt hier gerade auch nicht bewegen und rumhampeln sonst wackelt das stativ und will das bild und scharf ich beeile mich jetzt auch weil hier am ufer stehen auch noch zwei andere fotografen die auch auf den steg wollen okay schnell bildcheck noch mal das wasser ist geglättet durch diese 20 sekunden belichtungszeit und die hütte ist angeleuchtet von der laterne sieht super gut aus jetzt geht es weiter zum nächsten spot und der hat nichts mit wasser zu tun bleibt dabei so freunde ich bin jetzt hier in der zweiten location angekommen ich habe jetzt so ein zirka zwei kilometer fußmarsch hinter mir ich habe nämlich an der klinik in höhenried am starnberger see geparkt und bin diese zwei kilometer baldweg einfach mal rein gelaufen und stehe am monopterus dann zeige ich euch jetzt erstmal wie der hier aussieht und dann sage ich euch warum ich überhaupt da bin stellt sich echt die frage wie gehe ich denn an um den himmel hier mit aufs bild zu kriegen weil im hintergrund ist wirklich wald zu sehen ich müsste dann tatsächlich auch wieder von ganz unten denke ich mir zumindest nach oben schuten und das probiere ich aus dafür werde ich mein stativ auch ziemlich bodennah aufstellen was anderes bleibt mir nicht übrig weil aus der hand fotografieren kann ich nicht ich muss ultra lang belichten weil wenn ich hier dieses video licht ausmache dann ist es hier wirklich stock stock dunkel und dann muss man sehen ob man überhaupt was von der statue hier sieht und auch auf der kamera habe ich wieder meinen 14 mm sony mit der 1 8 der blende und versucht es jetzt mal so umzusetzen und bei tag habe ich schon herausgefunden dass man hier dieses tor aufmachen kann und ich blende euch mal vielleicht das video dazu ein dass ihr seht wie sie bei tag aussieht jetzt im ersten schritt bevor ich ein stativ aufbaue schnappe ich mir die kamera mach sie an und richte die erst mal aus jetzt gerade muss ich noch nicht in meinen breit monitoring modus reingehen weil jetzt habe ich hier richtig viel licht aber hier bietet sich wirklich an wieder von unten nach oben zu schuten ich möchte nämlich die statue nicht abschneiden ich will was eigentlich von dem boden drauf haben und will oben den kreis haben also bleibt mir nur die möglichkeit würde ich sagen ja tatsächlich im hochkantformat das bild zu machen aber wie stelle ich jetzt die kamera dahin dass die genauso stehen bleibt da komme ich mit dem stativ nicht weit müsste wirklich so fotografieren die irgendwie so stabilisieren blöd blöd also in der tat ist es super schwierig die kamera hier so auszurichten dass mir das bild gut gefällt ich habe mich jetzt hier mit meinem stativ und dem blasebike bedient um sie da anzulehnen dass ich diese kleine statue in der mitte des bildes habe und ein paar sternchen auch noch aufnehmen kann ich habe jetzt schon mal einen test shot gemacht auf 20 sekunden auf einer 1 8er blende und habe festgestellt dass es hier so dunkel ist dass man hier nichts von diesem schönen eingewachsenen rondell da oben sieht von dem monopterus was ich jetzt machen könnte wäre halt länger überlichten eine minute lang dabei hier alle schön ausgeleuchtet aber dann sind die sterne da oben wirklich komplett altstriche zu sehen und das gefällt mir nicht ich will die sterne als punkte darstellen und ich kann da nicht länger als 20 sekunden an belichten und ich habe jetzt auch ausprobiert mal die iso auf iso 4000 oder irgendwie 5000 hoch zu drehen das bringt auch kaum was weil das bild nicht wirklich heller wird das werde jetzt folgendes ausprobieren das bild 20 sekunden lang machen und mit der stirnlampe hier eine sekunde oder nicht mal eine sekunde hier diesen monopterus von innen an leuchten das ist die einzige chance die ich hier sehe um hier ein einigermaßen vernünftiges bild hinzukriegen das ist jetzt zwar kein richtiges nachtfotografie bild aber nein wenn man nichts auf dem foto sieht ist ja noch beschissen also die idee war gut die umsetzung echt schwer aber ich probiere es jetzt trotzdem mal ich mache dafür jetzt hier das video licht aus um hier die aktion zu starten und als test shot dass jetzt das video licht einmal an dass ihr seht wie ich mit der taschenlampe oder stirnlampe das ganze ding an leuchte und beim zweiten bild wo ich dann die videoleuchte natürlich ausmachen weil ich will hier nicht diese schatten von der kamera hier auf dem bild haben also zwei sekunden auslese verzögerung ist drin das macht die kamera das bild 20 sekunden lang jetzt will ich dir hier einfach ganz kurz nur tag und das war schon also ganz ganz kurz ich leuchte jetzt hier auch nicht in bild hin und her sonst wird es mir auch noch zu hell aber so meist jetzt ohne video licht und dann hoffe ich dass das hier was wird die ganze nummer nochmal hier die kamera schön an lehnen video licht ausmachen so hier ganz kurz einmal hin leuchten zack zack eine sekunde nicht mal war nicht mal eine sekunde kann ich mit dem bild leben so wenn ich mir jetzt die bilder hier im display anschaue sehe ich es ist super super schwer so ein motiv gleichmäßig und ganz ganz kurz anzuleuchten also ist auf jeden fall eine challenge ich habe es so geht so würde ich sagen hingekriegt das ist kein bämm und knaller foto aber ich bin jetzt wieder ein kleines stückchen schlauer und darum ging es mir einfach was neues auszuprobieren wenn man eine idee im kopf hat und will die umsetzen ich meine es gibt für mich nichts schöneres irgendwie das reizt mich einfach und sport mich auch an und jetzt ist halt ja meine lessen ich habe es noch nicht 100 prozent hingekriegt also ich bräuchte echt ein weiches licht vielleicht diese lumen cubes oder so die das licht schön gedimmt breit streuen und nicht so punktuell sind wie bei meiner stirnlampe aber ich hoffe euch hat mein nachtausflug spaß gemacht vielleicht konntet ihr was für euch mitnehmen das gern like für das video da oder kommentiert das video vielleicht wart ihr auch sogar mal hier oder habt eine ähnliche situation gehabt und musste auch ein motiv wirklich anleuchten wird es mich interessieren mit welchen lampen habt ihr es denn so gemacht ich kenne mich nur die lumen cubes die das licht sehr schön und weit streuen also gute nacht heute jetzt hier die zweite location vom stahnberger see euer sigi bis zum nächsten video